Hallo, da sind wir wieder bei Minecraft. Hier ist eure Nizi und wir wollen jetzt gleich mal loslegen. Ich habe hier übrigens ein bisschen was verändert. Ich habe hier noch zwei Türen eingebaut. Eine hier und eine da. Oh, es klopft. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Also, da soll mein Wohnzimmer rein. Oh, wer ist denn das hier? Hallo. Oh, hier sind meine Kinder. Das ist die Annika, also Tino-Fan. Hallo. Herzog Wigbert, das ist der Lukas. Hallo. Hi, das ist ja schön, dass ihr mich hier mal besucht bei Minecraft. Ja. Sehr schön, dass wir dich besuchen dürfen. Ja, na klar. Ihr habt mir ja alles gezeigt damals. Und jetzt könnt ihr euch hier mal umschauen und gucken, was ich so alles gebaut habe. Hier wächst ein Baum. Nein, das ist meine Lampe. Mami, ich habe Hunger. Mami, ich habe Hunger. Mach mir was fest. Ja, ich habe hier für euch zwei Kisten gemacht. Ja. Also, das heißt für jeden eine. Die Sachen könnt ihr euch... Ich wollte die nehmen. Nee, da steht aber mein Name. Da könnt ihr euch Sachen rausnehmen. Und ja, ich habe gedacht, wir gehen mal ein bisschen dann in eine Höhle rein und gucken mal, ob wir ein bisschen was Schickes bekommen. Aber dann müssen wir einen Bogen machen. Ich möchte einen Bogen. Dann macht ihr einen Bogen. Ich weiß nicht, wie es geht. Hast du Pfeile? Äh, ich denke schon. Acht Stück. Oh, das sind ja Unmengen. Äh, Lukas, wie macht man Pfeile? Ähm. Ich habe auch Federn und, ähm... Du brauchst Federn, Feuersteine und Sticks. Und das machst du halt in so einem... Ich brauche erstmal, äh, hier die Teile von Spinnen. Wie heißen die? Ja, ich habe... Also, so Fäden. Ja, genau. Liegt da auf der Erde? Ich habe vielleicht noch mehr. Keine Ahnung. Äh, die reichen. Okay. Ja, ja, komm, sind die Kinder da? Wollen sie schon wieder irgendwas haben? Yay, beim ersten Anlauf. Und, äh, die Pfeile waren... Also, ich weiß es nicht. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich bräuchte Feuerstein. Äh, keine Ahnung, ob ich das habe. Das ist komische Zeug, was aus Graffle immer rauskommt. Ja, habe ich. Wie viel denn? Ähm, 13. Dann passt das mit den Federn, genau. Nee, ich habe elf bloß. Okay, und wo? Ja, ich habe es in der Hand. Warte. Achso. Das ist verwirrend, weil wir jetzt alle, äh, die Rüstung anhaben und alle gleich aussehen. Ich weiß einfach nicht, wer wer ist. Okay. Natürlich nur Beidruck. Das war so, bei den Figürchen hast du da so einen Namen, ne? Ja, aber da achte ich nicht so drauf. Du möchtest ja... Ey! Ich musste dich mal hauen. Ähm, Essen haben wir ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber das reicht nicht, wenn wir in eine Höhle gehen wollen. Ja, da müssen wir noch was farmen. Ich weiß nicht, wir können auch mal gucken, oben habe ich mein Feld angebaut. Oh ja, das ist cool. Aber ich weiß nicht, ob da schon was gewachsen ist. Fallt hier bloß nicht rein, hier sind, ähm, Löcher im Boden. Hä, wo denn? Hier sind Moorrüben. Auf meinem Haus oben drauf. Da ist ein Skeleton. Ja, hier sind immer überall Viecher. Komm, sie klar, ja? Ja. Noch eins. Da ist jetzt bei den Schafen, da schießt sich jetzt nicht drauf. Oh Gott. Ich weiß nicht. Äh. Glaube. Hallo? Äh, nein, ihr macht nur scheißig. Mama, hast du eine, ähm... Ich war eingeengt. Eine Hacke? Nee, so ein Teil zum Feld machen. Ja, meine ich ja Hacke. Äh, nee, habe ich glaube ich nicht mit. Habe ich, aber habe ich nicht mit. Okay, dann schmeiße ich dir eine Kartoffel mal in deinen Ofen. Sie ist positiv, wir haben Fleisch. Ja, toll. Ich habe ein Erfahrungskügelchen. Ach, Kinders, ey. Was denn? Ich mache da einfach meine Schafe kaputt. Ja, ich habe auch noch 48, nee, 46 Weizen, wir können auch noch ein paar Brote machen. Okay, ich habe eine Kartoffel. Sehr schön. So, ich habe Brote gemacht. Weil, weißt du schon, wo eine Höhle ist, oder müssen wir eine suchen? Ich weiß, wo eine ist. Okay. Und da ist sogar ein Monstersporner. Na dann, auf. Auf in die Schlacht. Annika, da sind Brote für dich. Achso. Lukas. Tiergang. Mehr habe ich leider nicht. Okay. Aber wir können ja unterwegs vielleicht noch ein paar Tiere killen oder so. Ja. Da oben ist noch ein Schaf. Hast du? Da ist ein Creeper. Aber der ist weit weg. Ja, bitte? Ich wollte gerade gucken, wie viele Tiere da noch übrig sind. Naja. Ein Huhn, ein paar Schafe. Ist noch ein Huhn. Hier kannst du noch ein fangen. Ich habe aber keinen Weizen. Ne, ich meinte Lukas. Achso. Achso. Ist wie zu Hause, ne? Da macht auch keiner die Tür zu. Ja, das stimmt. So, wollen wir gehen? Ja. Äh, ja. Warte kurz. Ich muss mich noch ein bisschen... Ähm. Aufräumen. Die haben mir jetzt bestimmt hier alle meine Kisten ausgeplündert, wie ich meine Kinder so kenne. Wer bist du und was hast du mit Lukas gemacht? Stimmt, aufräumen. Aber die Türen lässt er mal auf. Ich habe gestern mein ganzes Zimmer freiwillig aufgeräumt, weil es mir zu unordentlich war. Ja, das hat mich auch erstaunt, dass da irgendwie... äh, auf einmal so ordentlich drin aussieht. Ich nehme mal noch ein bisschen Eisen mit, ne? Falls es auch nicht so irgendwie die Spitzhuppen ausgibt. Wir finden unterwegs auch Eisen und Kohle und alles. Ja, aber dann müssen wir nachher noch Sachen beraten und so. Äh, wir sollten vielleicht Mama hinterher gehen. Ich habe da auch einen Ofen stehen. Ich höre Zombie. Oh, Creeper, Zombie, Splat. Ich sehe schon, ihr regelt das. Ich sehe schon, ihr haut mich zu Tode. Ja, latscht da nicht in mir rum. Hier lang. Äh. Wo seid ihr? Okay. Hinter dir? Okay, okay, okay. Creeper? Ich habe noch drei Herzen. Oh. Ich habe einen Bogen. Ach, wir laufen einfach weiter. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen bei der Treppe. Äh, pass ich, pass ich schon. Da muss man da aufpassen. Das wollte ich auch wissen. Ja, oben. So, das ist hier mein kleines Lager. Warum sieht die Tür so merkwürdig aus? Ähm, ich weiß ja nicht, was du für Text hast. Es gibt jetzt, es gibt jetzt neue Türen, äh, weil, ähm... Ach, mit den anderen Holzern? Ja, genau. Aha, wartet auf mich. Okay, bin da. Mama, das ist ja schrecklich, ja. Man stößt die ganze Zeit sich den Kopf. Ja, egal. Nee, nicht egal. Ich bin halt nicht so groß. Also, da hinten ist ein Monster-Spawner. Da. Das habe ich alles kaputt gemacht. Oh, cool. Ja, dann würde ich sagen, äh... Ich habe keine Blöcke. Ich wollte eigentlich anders lang hoch, damit ich sehe, wo ich hingehe. Und Lukas scheint schon drin zu sein. Ja. Lukas hat es schon geregelt. Das war schlau von mir jetzt. Oh, eine, eine Pferderüstung und Musik-CDs und, naja, wird's schon. Naja. Äh, nicht kaputt. So, du wolltest jetzt hier raus eine Falle bauen, ne? Nee, nee, müssen wir nicht machen. Lass uns erstmal hier ein bisschen gucken. Ich hätte eigentlich ganz gerne ein bisschen Diamanten, das heißt, mal ein bisschen... Ich würde gerne ein bisschen tiefer gehen. Weil ich habe, glaube ich, noch nicht einen einzigen Diamanten. in diesem Spiel gefunden. Ja, ja, komm, jetzt mal mal wieder mit Frauen zusammen, wollen sie schon wieder Diamanten. Oh, jetzt kriegt man so was. Naja, weißt du doch. Um der Aussage von, äh, vorhin mal entgegenzuwirken. Wo ich jetzt immer so viel Schmuck trage, ne? Hier geht's nicht weiter. Ah, hier hinten geht's noch weiter. Hier müsst ihr aufpassen. Hier müsst ihr aufpassen, ich fall rückwärts in die Schlucht rein. Das ist typisch Lukas. Nicht anfassen, das ist heiß. Ähm. Aua. Hm. Gott. Ich muss doch mal was essen. Da ist Gold. Ja, Diamanten wären mir lieber. Fackeln habt ihr ja, ne? Ja, ein paar. Geht's hier weiter? Nee. Ich weiß nicht, hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hm. Oh. Ich hab doch das Wasserloch zugemacht, oder nicht? Ach, das kommt von oben auch noch? Jo. Oh, okay. Ich schwimm hin. Aber so tief sind wir hier noch gar nicht. Nee. Ich muss ja auch mal gucken. 25, aber da hinten... Ich meine, ich hatte hier noch irgendwo anders einen... Ähm, dann lass mich mal schauen. Lass uns mal zurückgehen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Nee, da oben geht's nicht weiter, Annika. Ach, ich lauf grad Lukas hinterher. Aber wenn wir hier hinten lang gehen... Wo ist Lukas? Na, da oben. Der macht das Wasser aus. Okay. Das nervt mich immer. Ich kann das auch nicht leiden. Ops, haben wir eh... Da oben geht's auch noch weiter. Warum schwimmt ihr immer so schnell? Keine Ahnung. Wir... Wir haben halt mehr Übungen. Wir haben... Weil ich schon Bons verhauen habe. Ich habe mein Silberabzeichen. Auch nicht. Bist schon lange nicht mehr... Dann bin ich einfach nur sportlicher. Ja, hier geht's... Ich höre eine Spinne? Ja, habe ich erledigt. War hinter dir. Witzig selber, habe ich hinter dich gekickt. Skelett? Mhm. Ich würde da unten eher, oder? Ja, ich denke auch weiter runter. Obwohl, hier geht's auch nach unten. Ah, lass uns erst mal da hin. Hier ist Ende. Okay. Ich bin hier so einen Weg nach oben gegangen. Hier ist nur ein bisschen Eisen. Das nehme ich noch mit. Hier ist auch Ende. Das Ende. Dann lass uns hier gucken. Hier ist Kohle. Shit auf Kohle. Nein. Ich glaube, ich bin ein bisschen geschädigt von unserer Welt. Ich habe so viel Kohle in der letzter Zeit verbraucht, dass ich... Naja, und so. Kann sein. Also hier sieht's ganz gut aus. Wo ist hier? Wo ist hier? Ähm, ich komme noch mal hoch. Lukas, wo bist denn du? Ich bin einen Gang nach oben gegangen. Da war noch ziemlich viel Eisen. Ich bin... Ich sehe... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Stehenbleiben. Stehenbleiben. Ich bin... Ich habe Lukas gefunden. Ja. Hier runter. Mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Ja, hier geht es noch weiter. Warte, ich mache das Wasser aus. Ja, bitte. Vorsicht, 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 Vorsicht. Warte mal, ich kann dir jetzt eine Goldheizkette machen. Oh, hier geht es runter. Hier auch, hier ist Lava. Hier auch. Aber da geht es nicht viel weiter, oder? Hier ist nichts. Ich habe, ich, oh, jawohl. Ich bin hier voll runtergeknallt. Dann lass uns mal hier, ich habe, warte mal, ich habe, glaube ich, einen Wassereimer mit. Ja, einen Wassereimer ohne Wasser. Schlau. Sehr schlau. Dann solltest du vielleicht beim nächsten Wasser das Wasser mitnehmen und es nicht wegmachen. Ja, das wäre, ja, könnte man machen. Aber dazu braucht man stehendes Wasser, ne? Lukas, bau bloß keinen Block hier über mir ab, wenn es, also über dir ab, unter mir praktisch. Ja, das war schon auch. Okay. Aber das Wasser, was immer in der Wand ist, also das erste quasi, das ist quasi stehendes Wasser, also das kann man mitnehmen. Im Ernst? Ja. Wenn sich das mit 1.8 nicht geändert hat, dann ja. Ne, ne, das ist immer noch gleich. Na, bist du Level 5? Ja. Ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Aber hier höre ich ein Monster. Ein Zombie. Verbrenn dich nicht, es ist heiß. Aufpassen, hier vor mir ist es klar. Soll ich dich schubsen? Ja, mach mal bitte. Nein. Äh, Mama, deine Spitzhack ist, glaube ich, kaputt. Ach so, übrigens, ne? Eigentlich habe ich erst überlegt, dass ihr auch die ganze Zeit... Oh, Mama, Vorsicht, weg da! Hm. Dass ihr die ganze Zeit mit euren Händen hier mal was abbaut. Aber ich bin ja nicht so. Mit unseren Händen? Ja, ich muss es ja auch mit meinen Händen abbauen. Ihr habt mir ja auch nicht gesagt, wie eine Spitzhacke funktioniert. Dann hätten wir uns halt selber Materialien gefarmt. Ja, ja. So, jetzt wäre ich bei einer Lava gerannt. Diamant! Oh, cool. Wo? Hier. Sehr schön. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, cool. Das ist richtig prima, weil dann kann man sich ja jetzt Obsidian abbauen, ne? Vorsicht. Lava. Ja, hier auch. Ja, wir müssen irgendwann... ...ne Höhle. Und Redstone. Ja, hier hinter. Hat eine Höhle. Ah, ja, super. Schön, sehe ich. Ah, Hilfe! Hier kommen jetzt ein paar Monster runter. Wo? Wo? Warum? Ich sehe natürlich nichts, weil ihr alle in mir drin steht. Jetzt sind wir doch wieder da, wo wir vorher waren, oder nicht? Nee. Ich höre irgendwie... ...nein Enderman, der ist gerade an mir vorbeigerannt. Oh, oh. Oh, ein Skelettern. Das interessiert sich gar nicht für mich. Das hat Schiss vor dir. Da ist der Enderman, Annika, pass auf. Ja, das passt schon. Sollen wir ihn töten? Hm, können wir machen. Hier ist er. Lukas, wo bist du? Äh, ich bin unten. Ich bin irgendwie nie da, wo ihr seid. Mama regelt, Mama regelt. Ich bin voll mutig jetzt. Jetzt sind meine Kinder dabei. Jetzt bin ich hier voll mutig. Ja, die muss ja auch mal zeigen, was sie kann, ne? Eben. Pilze. Pilze kannst du? Nee, sind da. Oh, noch ein Skelett. Ich fände mir doch nicht... Mama, geh mal weg da. Mann, nur wegen dir werde ich hier die ganze Zeit angeschossen. Ja, da ist aber noch eins. Ah, schalt das Wasser aus. Warum steigt mein Hungerbalken? Das frage ich mich auch. Hä? Ich habe gerade Schaden bekommen, weil ich Hunger hatte. Und dann steigt er auf einmal wieder. Okay. Keine Ahnung. Äh, Lukas, wo bist du? Unten, da, wo ihr den großen Lavasee gesehen habt. Könntest du zu uns kommen? Ich sage dann, weil ich wollte erst mal Tschüss sagen. Ja, hier sind sowieso keine Diamanten. Na, hier, Annika. Ja. Wir kommen runter. Okay. So, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Tschüss.